servus christi und herzlich willkommen im direwolf 20 mit mir den wiperdinger 2000 schön dass wir mit dabei bist also schaust wie wir hier so weitermachen und ich habe heute ein paar sachen vor ich habe ein zwei rezepte da hinten noch rein was ich auch geschafft habe ist dass überall speed upgrades drin sind aber ich brauche noch ein paar sachen die habe ich die rezepte schon mal rein müssen wir es noch machen ich brauche einen network transmitter ich brauche einen reciber bitte erst mal kam alles kraften und dann noch eine network card so sollte man auch alles kraften können gut wunderbar guck mal der schon fertig die ist auch fertig fehlt nur noch der eine und was machst du auch fertig super network den hier so das ist der receiver und das ist der transmitter sonst weiß ich natürlich wieder nicht mehr genau wie rum die hin können und ich brauche noch einen oh ja ich brauche noch ein storage anstora g external storage wo die muss ich auch mal als crafting rein machen kann man gleich mal machen ja gehen wir weg da oben schon gut hab's gesehen den storage external storage den müssen wir hier auch mal als crafting rezept rein machen einfach weil man immer wieder brauchen so bist du fast voll da ist eine chest übrigens ich die wird immer noch nicht angezeigt das ist lustig das war in 1 10 schon so in 1 12 wird es immer noch nicht angezeigt warum auch immer so du bist der receiver und du bist der transmitter als sort der receiver gott ich habe es echt nicht mehr wir haben es gleich feststellen weil was ich nämlich vor habe ist einfach mal ich mache jetzt bei den receiver irgendwo dahin zu klang hier bist du so hübsch überall anders und bei dir kann ich keine netzwerkkarte reintun das heißt dann bist du hier der falsche definitiv dann nehmen wir da mal den transmitter hin und da kann ich die netzwerkkarte reintun ich glaube so rum ist es richtig ich will nämlich meine baumfarmen im zugriff haben damit die ganzen sachen die hier so rein wandern ach ja genau ich habe hier noch so ein so ein mannrill 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 heißt das solche mannrill genau reingetan die ist nämlich schon wieder voll gelaufen gewesen er hier konnte nichts mehr abtransportieren da war natürlich mal wieder der stillstand überall und ja weiß schon wie es ist ich komme auf dem surfer kein strom mehr inzwischen sind wir hier ich brauche langsam zu viel kommt die baumfarmen immer hinterher wir müssen uns nach einer anderen stromquelle umsuchen weil ich brauche jetzt noch mehr und ich brauche immer mehr und immer mehr und irgendwann kommen immer hinterher so irgendwo hier hier ist er genau komme ich dazu von der seite hin ja ich mache mal kurz platz könnte ja eigentlich auch dahin kleben also ihn kleben mal dahin und die kleben drunter warum nicht und das muss ich hier mit der netzwerkkarte shift rechts klicken oder rechts klicken shift rechts klicken ich weiß es noch nicht werden wir gleich sehen wo es funktioniert oder ob ich mich jetzt verhauen habe dass es genau andersrum sein muss wie will sie wenn ich dich jetzt da rein tun 40 blogs links ok scheint zu funktionieren das sehe ich ja gleich wenn ich hier sagt menrill ja wir sind drauf sehr gut wir sind drauf das heißt ich habe hier die die blöcke von der baumfarm im zugriff perfekt soll ich hier doch bitte mal ein 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 dörd komm gib mir einen dörd please dörd danke dann machen wir hier nämlich wieder zu dass es wieder hübsch ausschaut so gut das heißt wir haben die hier im zugriff und jetzt muss man nur noch gucken dass man hier eigentlich der läuft mir nicht mehr in der der verbraucht mehr syngas inzwischen als ich produziere es ist schon schwierig das läuft alles auf hochtouren ich muss mal die quarry ausschalten ich schalte es mal die quarry aus damit wir hier mal ein bisschen strom wieder beieinander kriegen wir brauchen jetzt immer mehr aus so tut das mal fertig lauf ach da ist so ein haufen zeug noch drin oh gott aber noch eins habe ich gemacht das ist nämlich auch still gestanden weil wir haben eine mining eine eine action edition höhle wahrscheinlich erreicht ich hatte es plötzlich so dass dem pulverreißer und der wollte natürlich nirgendwo hin weil da hinten habe ich gesagt weit lässt sinnebar und deshalb auch so dass das heißt auch da sollten wir zu keinen stopp mehr kommen wobei das jetzt so oder so gestoppt weil ich war ohne strom okay was will ich noch machen ich will natürlich machen ich will mich mal mit den mit den compact machines beschäftigen weil ich da einfach bock drauf habe wenn ich ehrlich bin und das heißt wir machen uns erst mal wir müssen uns bücher machen habe ich leder wahrscheinlich nicht ja komm ich hab gar nichts da ja komm ein buch stellen wir so her und dann stellen wir das stell mal so da ist voll dann gehen wir da rein buch und pattern so aber jetzt können wir uns compact machines ich brauche dich hier fünf mal das habe ich schon ich brauche ja ich weiß ich brauche ein buch ich brauche jetzt erst mal fünf bücher mann 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 also book noob genau schreiben wir mal noob das ist eh viel besser passt wir machen jetzt mal fünf bücher passt reis ist drinnen für papier strings muss ich dir auch noch beibringen wie man die macht aber das nachher so wir machen hier eins zwei drei vier fünf von den dingen hier einen halten wir schon mal ich glaube den brauche ich nämlich später so compact machines und ich brauche nämlich die hier und da brauche ich nämlich oh ernsthaft eye of ender okay müssen wir erst bauen okay wir haben kein blaze powder mehr blaze powder mache ich aus blaze rods wer hätte es gedacht und das war es so nicht geplant gott die rüstung ist auch schon ziemlich dahin armor was kann man das für vernünftige armor bauen jetzt diesmal ich habe was geplant und es läuft wieder alles ganz anders ich hätte gern eigentlich hätte ich gern die die hier die die flux infused weil die ist glaube ich cool flux armor plating flux armor plating warum gibt sie zweimal ist egal ich will eigentlich würde ich gern die bauen genau das heißt ich muss da so einen helm da brauche ich das zeug dazu und da brauche ich so crystals das sollte vielleicht kein problem sein flux elektrum plates elektrum und compactor ich brauche ein kompaktor und da muss ich elektrum basteln und was habe ich denn da davon nichts gar nichts naja okay soviel dazu ich brauche blaze powder also brauche ich jetzt hier mal so darf einmal zwei und jetzt fehlt mir die machine case okay da fehlt mir hätte ich mir hätte es gedacht ein team hier ich glaube das muss ich auch mal als dings machen hier als rezept schon langsam so dann haben wir dich und dann bräunen und püssen bitte danke dann können wir den kompaktor fast und jetzt können wir den kompaktor bauen kompaktor yes danke okay und elektrum habe ich wahrscheinlich auch nicht mehr viel elektrum auch 54 was bist du achso ja irgendwann auch noch machen also elektrum habe ich 54 so jetzt gehen wir mal wieder auf die flux und du bist du bist hier auch was ganz hässliches ich muss ich auch diamanten machen okay muss ich mal schauen ist es das gleich das ist eigentlich dann schon wurscht diamanten okay eins nach dem anderen wir machen erstmal flux plates ich brauche da vier stück für eins und ding vier stück und ich brauche fünf und es sind 18 13 20 genau 20 ich brauche mal 20 20 mal 4 ist 80 80 elektrum das funktioniert so auch nicht elektrum ist gold und silber wenn ich es noch richtig im kopf habe gold und silber lieb ich sehr kann es auch gut gebrauchen gold und silber genau wir nehmen gold und silber mit gib mir mal ein stack gold und gib mir mal ein stack du bist silber oder nein du bist hin du bist silber ja so dann mal hier hinein geschmissen mit dem zeug du und du da rein du bist noch ein basic das mag ich jetzt auch nicht mehr komm auch mal einen harten draus zumindest und ich brauche ich auch noch irgendwo meine herren du kompaktor da können wir schon mal das zeug reinschmeißen not press und cool das kann man noch verschiedene sachen machen gut dann läuft das schon mal dann läuft das schon mal weil ich blaze powder brauche wieso habe ich denn es wird zeit für eine mobfarm ehrlich machen wir auch noch ein hardend upgrade rein damit es ein bisschen schneller geht kann man noch eins zusammen ja sehr gut so hängen passt ja gut der machte immer zwei gleich okay das heißt wir haben dann zwei stacks davon und da haben wir was ich gesagt ich brauche 80 54 54 54 habe ich da oben drin gehabt 54 und 26 ups ja genau ups 76 und das sind dann die 80 die ich brauche sehr gut dann können wir gleich gucken wir weiter machen müssen eins nach dem anderen okay pass auf flugs flugs in late in flugs gedönse da das hier flugst ammer plating die crystals ich brauche 20 von den crystals das heißt ich brauche 20 diamanten 20 diamanten und 1 redstone gibt 1000 und ich brauche 5 redstone 20 5 sind es 100 redstone ehrlich okay wir probieren es mal ups redstone 100 habe ich gesagt so magma crucible fluid transposer ich muss dich da reinschmeißen und du rutscht hier rüber und dann brauche ich 20 diamanten und hier haben wir ja auch ein paar so ist es ja nicht also das wird eine coole rüstung das wird so eine richtig coole rüstung so und du rutscht hier rüber und wenn du genug bist dann machst du das brav so muss das so voll in der produktion hier wow aber das habe ich nicht aufpasst wie viel habe ich denn das da schon gemacht 22 72 72 78 79 80 und ich habe gesagt ich brauche weiß ich nicht mehr ach mach mal ein paar kriegen wir wieder hin sehen wir dann gleich so läufst du hier schon ja das ist auch schon der erste passiert sind alle basic sachen hier 80 die man noch zwei ja wir kriegen noch zwei sehr gut die habe ich auch schon hart gemacht weil die vorher arbeiten musste wir arbeiten hier auf der du bist voll wir haben hier ein bisschen backlock drinnen wir geben dir noch mal ein bisschen kohle hier kommen bitteschön achten kriegst du mal nachschub bitteschön jetzt heißt es nur warten warten auf bessere zeiten wir können aber hier schon mal die ersten dinge basteln so das macht man nämlich dann einfach so 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 und so nein hä flux Amor. Fluxt Electrum Blade. Aha. Autsch. Autsch. Fluxt Electrum Blade. Ich muss auch noch Elektrum... Ach, verdammt. Das hätte ich mir sparen können. Stop it. Stop it. Ich brauche die anderen. Mann. So ein Schmarrn. Gleich mal gescheit guckt. Fluxt Electrum Blade brauche ich. Und dich mache ich aus dem ich hier... Ich kann das auch anders machen, oder? Nein, kann ich nicht. Das heißt, ich brauche hier auch noch Sand dazu. Also Electrum Blend. Mit Destabilized Redstone. Kriege ich das auch... Nee, kriege ich nicht. Fluid Transposer. Doch, Elektrum Blend im Fluid Transposer. Und dann kriege ich es auch hin. Okay. Und die kann ich ja wahrscheinlich auch pulverisieren, oder sowas. Wo habe ich meinen Pulver? Der ist natürlich jetzt auch im Betrieb. Ich habe einen Pulverreißer zu wenig. Oh Schande. Oh Schande. Oh Schande. Ich glaube, ich brauche noch einen Pulverreißer. Und ich gehe da rein. Nee, der schmilzt mir ja wieder durch. Das bringt mir ja auch nichts. Ja, dann hör du mal auf. Mach das dann. Mach da nicht. Okay, hör auf. Habe ich gesagt. So, und du gibst das Ding jetzt bitte nicht. Ab. Sehr gut. Da habe ich nicht aufgepasst. Ärgerlich, aber ist so. Mein Gott, da ist jetzt dumm gelaufen. So, wenn ich jetzt dich nehme und da, nein, nicht da, da reinstopfe. Da können wir auch erstmal aufhören damit. Und ich stopfe dich jetzt da rein. Was passiert dann? Erstmal nix. Weil das alles so fürchterlich langsam ist. Doch, jetzt kommt hier der Flux-Elektrum-Blend raus. Okay. Ja, dann weiß ich ja, was ich machen muss zwischen dir und der nächsten Folge. Dann machen wir die hier mal ein bisschen kürzer leider. Aber da musst du jetzt leider durch. Das hilft nix. Ich meine, siehst du ja selber, manche Dinge gehen halt einfach mal gründlich daneben. Weil man sich nicht richtig vorbereitet oder so. Ich baue das mal alles zusammen. Oh, guck mal. Ich hole mal noch. Komm. Na komm halt. Magst nicht? Mag nicht. Kannst du nicht so weit. Ach Gott, bin ich jetzt erschrocken. Jetzt war er plötzlich da. Meine Herren, du. Na, wo ist er denn jetzt? Ich hätte gemeint, der kommt nicht. Hä? Wo? Wo bist du, mein Freund? Bin ich jetzt gerade noch? Ach, hat's mich jetzt gerade? Ja. Hallo? So, jetzt. Haha. Bin ich jetzt gerade erschrocken? Meine Herren, du ehrlich, das gibt's nicht. Kein Kopf. Schade. Kein Kopf. Hm. Okay, noch eine kleine Aufregung zum Schluss. Passt wunderbar. Wir sind bei 20 Minuten. Es passt auch einigermaßen, hoffe ich. So, ich baue das hier zwischen den Folgen mal durch, dass das ganze Zeug dann fertig ist, dass wir die Flux-Electrum-Blades haben. Und dann gehen wir mit der neuen Rüstung in die Nähtherre und holen da mal ein paar Blazes. Vielleicht holen wir auch gleich einen Blazes Spawner mit. Oder nee, ich nehme was anderes mit. Wir werden sehen. Auf jeden Fall brauche ich eine neue Rüstung, weil die ist jetzt inzwischen komplett dann wieder. Genau, und das machen wir. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Wenn die Rüstung soweit fertig ist, wie gesagt, ich baue das Zeug jetzt mal komplett durch hier. Und dann, ja, das wird dann schon was werden. Hoffe ich. Genau, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wo geht denn das jetzt hin? Ah, es geht jetzt doch da rein. Verdammt. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, werde ich auch irgendwie richten, dass ich es wieder rauskriege. Das schafft man schon. Alles kein Problem. Also dann, mach's gut. Bis zur nächsten Folge, gell? Ciao, ciao und servus.